Ich kaufe mir also eine Kamera, eine gute Kamera. Die Kamera ist 4K, 4K, das schreibe ich immer. 4K heißt 4 Millionen Pixel. So, steht auf dem Beipackzettel von der Kamera, 4K. Schreibe ich überall hin. Das heißt, die Kamera ist gut. Was mache ich jetzt? Ich schalte sie ein. Dann lasse ich sie laufen und lasse sie laufen, weil sie ist ja 4K. Und sie läuft und läuft. Und das stelle ich dann auf YouTube. Alles einfach rein. Schon bin ich ein erfolgreicher YouTuber. Ist doch so, oder? Ist das so? Mache ich das? Lasse ich sie ständig laufen, die Kamera? Und stelle das dann alles rein? Ja. So einfach ist das. Also, achtet auf 4K und steht alles rein. Nein, es war ein Scherz. So einfach ist es nicht.